Hallo, das ist der große Unternehmen hier. Es ist ein anderes, richtig? Ja. In addition, das ist zu sagen, wenn große Unternehmen hierher kommen, ist es das gleiche. Hier, wenn die Unternehmen hierher kommen, werden sie mehr und riechiger Funds haben. Wenn die Unternehmen hierher kommen, werden sie Menschen. Wenn sie Menschen hierher kommen, werden sie hierher kommen. Es ist auch ein dritter Punkt, der wirklich eine tiefere Zuneigung für diesen Ort kann zu diesem Zeitpunkt geboren werden, ist hier und dann war hier, um von Katastrophen leiden. Und was noch? Das hat zwei Seiten. Die eine sind die älteren, die hier leben und hier sterben und die anderen sind die älteren, die hier leben und hier sterben. Después de todo, los jóvenes siguen siendo una minoría. Es decir, después de graduarse de la escuela secundaria, casi 14 o 15 años de edad, una edad tan sentimental, en el desastre aquí y ahora, por fin puede volver a que quieren, a través de sus propios esfuerzos para restablecer sus ciudades natales. Por supuesto, los medios de comunicación es más feliz de informar de tal situación.